Wir sind vom Fach für Haus und Dach und darum Ihr regionaler Ansprechpartner für alle Spengler arbeiten. Die Baumann Bauspenglerei AG in Zwillikon. Sie planen einen Neubau oder eine Gebäudesanierung oder träumen von einer Metallfassade oder einem Metalldach? Wir sind Ihr Partner, denn Blech und Metall ist unser Fall. Dank unserer Erfahrung und unserem Know-how begleiten wir sie kompetent und persönlich von der Vorbesprechung über die Materialberatung und Projektierung bis hin zur Durchführung und anschließender Wartung. Alle Profile stellen wir in unserer top eingerichteten Werkstatt her. Wir arbeiten ausschließlich mit qualitativ hochwertigen Produkten und behalten Nutzen und Ertrag immer im Auge. Das sorgt für Nachhaltigkeit und senkt Ihre Unterhaltskosten. Ob steil oder flach, Ihr Mann fürs Dach. Ob für Blech- und Flachdächer, Begrünungen, Bekleidungen, Blitzschutzarbeiten und ästhetische Spenglerarbeiten aller Art. Baumann Bauspenglerei AG. In jedem Fall persönlich, kompetent und flexibel. Abschließend. Vielen Dank.